ALAN Ja Warum sollte ich überhaupt liefen? Weil sonst draw wäre Durch Bist du gemeldet? Oh, 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 oh Wow, wie die Waffen sich wechseln Jetzt hat mein MSR dabei Overplay, overplay Ah? Warte, lass erst mal Lass es hier auf der Pause kurz Ich hab doch gerade das Ende Ey, 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 jetzt Da kann man ruhig mal klatschen Kick dich, Hatschschutz Da hat mir in den Rücken Bin bei der Brächer von der Brächer Enemy down Bist du jetzt erst hier füffelten Die haben eine eine? Nein, eine 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 fünfte Bravo Team Winx Nein, ich hab den Ding der MSR und die Alle und die Sie Oh, scheiße, die Runde hätte ja ein bisschen normal. Ich bann da die Wendung zett. Lieber dir, ich bin hier hinter dir. Nice. Ja, der letzte Wendung. Careful, thank you. Oh no, no thing. Don't, no will snipe. Halt! Ja, den wir nicht fissen eigentlich nicht. Das ist ja absichtlich so gemacht. Ah, aber wir müssen gar nicht die Camperposition kaputt machen. Von, gehen auch nicht kaputt. Oh, bitch. Lucky Shred. Gibt das auch bei... Ja, Team Kills geht auch. Ja, ja, ja. Round start. Halibar, Halibar... Kiss! 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 Der hat gebeten. Ja, wir haben gewonnen. Okay, was ist es? Ach so, was ist es? Ja gut, wahrscheinlich. Ich muss kurz hin und irgendwie mal was zu machen. Ich weiß nicht, dass ich alleine so bin. Ich bin nicht dabei, hier. Ich bin nicht dabei. Yay.